Die Kracke sagt, der Bass hat zu viel Wumms. Hey, danke, Rota. Du bist cool, Mann. Staub jetzt ab, staub jetzt ab. Was geht denn mit dem ab? Er ist ein Staubhäschen, denen geht es nur um die Beats, das weißt du doch. Moment, ich kann dich wieder verstehen. Weil wir wieder in einem Wellenknoten stehen. Aber schau, jemand hat den Sicherheitsriemen an der Box durchgeschnitten. Das heißt, jemand wollte, dass Menschen verletzt werden. Oder abgelenkt werden. Schau. Der DJ wird entführt. Ich ruf am besten Opa an. Nein, ich glaube, der DJ wird entführt. Ruf lieber Opa an. Gwen, bist du das? Was? Ich kann dich nicht verstehen. Kann Bibi Entlauber vielleicht ein bisschen leiser spielen? Okay, ich nehme mal an, dass du fragen willst, ob du und Ben ein bisschen länger bleiben könnt. Und das geht in Ordnung. Ja, euch auch noch. Also, bis dann. Opa, Max, hallo? Aufgepasst, Bürger von Portland. Ich heiße euch alle willkommen. Zu meiner Show. Hey, was soll das? Wir sind doch nicht wegen dir gekommen. Hau ab, geh nach Hause. Hau ab, Wendland. Abstauber, Abstauber. Keiner wird dieses Konzert verlassen. Und mein Support Act. DJ Abstauber. Oh, das hat er nicht wirklich gesagt. Hat endgültig ausgestaubt. Ich jedoch, meine Freunde. Werde die Bude einstürzen lassen, wenn ich nicht bekomme, was ich will. Für wen hältst du dich eigentlich? Haha, ich bin Lord Dezibel, Meister-DJ des destruktiven Sounds. Und ich will eine Milliarde Dollar innerhalb der nächsten zehn Minuten. Oder eure geliebte Heimat wird meinen Bass zu spüren bekommen und in den Ozean bröckeln. Und ich will ein wenig was tun. Gwen, hilf mir! Das ist doch dein Job, Gwen. Die Uhr muss aufladen. Was soll ich jetzt tun? Ah! Wir müssen Lord Dumpfbacke's Mischpult ausschalten. Das klingt nach einer guten Idee. Was? Was ist das? Schall. Er kann weich wie ein Kissen sein, aber auch hart wie Stein. Oder scharf wie ein Messer. Hallo? Gwen, geht es dir und Ben gut? Na ja, außer dass so ein irrer Schallschurke den Planeten spaltet, gut. Ich kann dich nicht verstehen, aber ein Schallschurke versucht anscheinend, den Planeten zu spalten und eine dichte Mauer aus Schall umgibt das Stadion. Wissen wir, Opa Max, wir sind doch drin. Opa kann uns nicht hören. Keine Angst, dieser Typ ist ein Vollpfosten. Sobald meine Uhr wieder aktiv ist, kann ich... Oh! 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 Schaut auf euch auf und haltet euch von diesem Abgrund fern. Der sieht im Fernsehen... Das sieht tief aus. Raus hier, raus hier! Du schaffst das, Gwen! Deine Musik ist der letzte Trick! Und hör auf zu lachen! Wie so lachen Schurken andauernd. Haha, ich zerstöre die Welt. Ich bin ja so lustig. Kannst du vielleicht aufhören, den Bösewicht zu piesacken und mir heraushelfen? Na dann mach schon, greif zu! Sehr witzig! Staub jetzt ab! Staub jetzt! Oh nein! Es ist Zeit für ein Rasendes! Inferno! Hey Staubhäschen, mach dich bereit zum Hoppeln! Woah! Ahhhh!